Was geht ab Leute, euer Frapsys hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite Gegenstand Shop vom 31.01.2022. Der Shop hat sich schon aktualisiert. Ich habe schon einen leichten Sneak Peek gehabt. Werden wir uns natürlich gleich nochmal zusammen anschauen. Aber davor würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lassen würdet und natürlich auch gerne ein Abo, vor allem wenn ihr hier neu am Start seid. Dann gehen wir einmal jetzt rüber in den Item Shop und schauen uns das Ganze mal genauer an. Wie wir gerade mit uns sehen können, ist ein Skin hier am Start, den wir uns gleich nochmal ganz genau anschauen werden. Auf jeden Fall zu den ganzen Paketen hier. Es sind auf jeden Fall so einige wieder zurückgekehrt. Und mit so einige meine ich auf jeden Fall sehr sehr viele Skins. Und fangen wir doch mal hier unten als erstes mal an. Wir haben einmal Jen und den Shifu am Start. Beide sind sehr selten nach 351 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir hier drüben beispielsweise die Panda-Beauftragte. Die ist nach 25 Tagen wieder zurück. Genauso wie der Wukong. Hier drüben haben wir dann natürlich noch weitergehende Skins. Einmal haben wir hier Blutrote Speer und die Rote Verteidigerin. Beide Skins sind nach einem Monat wieder zurückgekehrt. Zugleich haben wir auch nochmal den Feuerläufer. Ist auch ein Skin für sich. Der ist nach 90 Tagen wieder zurück. Und dann haben wir nochmal Tai Chi als Emote. Wie ihr sehen könnt. Ist auf jeden Fall beruhigend und besänftigend. Der Emote ist auf jeden Fall nach 352 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir nochmal Shaolin Setup nach 25 Tagen wieder zurück. Es geht einmal nach oben. Wir haben hier diesen komischen Drachen hier am Start. Der an sich auf jeden Fall so einen eigenen Skin repräsentiert. Wie sagt man das? Der ist auch auf jeden Fall eine Sache für sich. Ist nach 352 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann haben wir hier nochmal Guan Ju am Start. Nach 352 Tagen ebenso wieder zurückgekehrt. Die Baukumpel nicht zu vergessen. Die sind natürlich auch am Start nach 101 Tagen. Es geht einmal nach oben. Und zwar haben wir hier ebenso den Flink-Skin. Der ist nach 146 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann geht es einmal hier rüber. Und zwar zur Yada Saren oder wie die nette Dame hier heißt. Nach 188 Tagen zugleich haben wir dann auch mal hier Tiger Ressa. Die nach 11 Tagen wieder zurückgekehrt ist. Alles was ihr hier unten sehen könnt. Ist auf jeden Fall relativ selten. Viele Skins nach über einem Jahr wieder zurück. Liegt denke ich mal am chinesischen Neujahr. Dies, das, Ananas. Also ja, ich denke mal die, die es Bescheid wissen, die wissen Bescheid. Keine Ahnung. Und dann haben wir natürlich nochmal hier die Fußball-Skins erhalten. Die sind nach 32 Tagen zurückgekehrt. Da gehen wir nicht näher drauf ein. Die sollte jeder von euch denke ich mal kennen. Dann geht es einmal weiter mit dem täglichen Bereich. Und zwar haben wir hier zwei Emotes direkt zu Anfang. Beide sind nach einem Monat, nicht nach einem Tag, wieder zurückgekehrt. Dann haben wir hier zweimal Musik am Start. Wir haben einmal den Safari-Skin wieder zurück erhalten. Ist auf jeden Fall ganz nice. Nach 49 Tagen wieder zurück. Und die Sparta-Assassin, die nach 34 Tagen wieder zurück ist. Dann geht es einmal weiter. Und zwar zu Cartoon Muscle-Karta. War ja erst letztens schon drin gewesen von einem Monat. Ist jetzt wieder zurückgekehrt. Dann geht es hier hoch. Und zwar fangen wir hier mal hier drüben an. Wir haben hier Joan-CDQ am Start. Die ist nach 35 Tagen wieder zurück. Dann haben wir nochmal Paradox und Lace zurück. Beide auch nach einem Monat wieder da. Dann haben wir die Windläuferin Echo. Ist auf jeden Fall nach zwei Monaten wieder zurückgekehrt. Schaut nach einem Ritterskin aus. Aber so ohne den Helm. Ich denke mal, die meisten wissen, welchen Ritterskin ich meine. Aber was auch immer, Freunde. Ihr seht ja, Tätos leuchten, wenn du Truhen öffnest. An sich ganz interessant. Soviel dann aber auch schon hier zum Shop-Video. Ist ein bisschen längeres Shop-Video geworden. Dann verabschiede ich mich mal und würde sagen, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Euer Fraps. Bis zum nächsten Mal.